Wir sind gleich da. Ihr alle kennt den Plan. Wir fangen den Konvoi ab. Passt auf Cable auf. Los geht's. Dieser Junge steckt in Schwierigkeiten. Aus dem Weg oder sterben. Latsch auf die Hassbremse, Thanos. Ich lasse nicht zu, dass Cable ihm was antun. Aber ich schaffe das nicht allein. Wir brauchen Verstärkung. Wir gründen eine verkackte Super-Duper-Gruppe. Melden wir uns wieder bei LinkedIn an. Ich präsentiere Badland. Mein Name ist Shadda Star. Domino, ich habe Glück. Glück ist keine Superkraft. Und vor allem überhaupt nicht kinotauglich. Doch, ist es. Kompromiss ist es nicht. Scheiß drauf. Showtime. Du bist kein Scheißheld. Du bist nur ein Clown. Verkleidet als Sexspielzeug. Du bist so düster. Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst? Dissi-Universum. Zeig's mir einäugiger Willi. Ja, deine Kugeln. Die sind echt schnell. Und wir haben zu guter Letzt... Peter. Irgendwelche erwähnenswerten Kräfte? Nein, ich habe keine. Ich habe nur die Anzeige gesehen. Du bist dabei. Du bist dabei.